Wie ist die Predigttext von Jesu im Tempel? Wie ist die Predigttext von Jesu im Tempel? Biografische Einzelheiten von ihr, alles auf Kürze, also in wenigen Sätzen skizzenhaft gezeichnet und doch ganz viel steckt da drin. Ich lese die Verse noch einmal, damit wir sie präsent haben. Es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Soweit dieser Abschnitt. Es muss sich niemand outen, aber ich frage doch einmal, wer von uns ist 84 Jahre und älter. Mögt ihr es aufzeigen? Ja, genau. So ein paar wenige unter uns. Ihr seid uns an dieser Stelle in der Lebenserfahrung weit voraus und seid am dichtesten dran an der Hannah, die mit ihrem Alter etwas ganz Besonderes verkörpert. Wir erfahren von ihr so ein bisschen was aus ihrem Leben. Verwitwet, nur sieben Jahre verheiratet und dann lange verwitwet. Ein Ausleger, Adolf Schlatter, geht sogar davon aus, dass sie zwar jung geheiratet hat, lasst sie 14 Jahre alt sein, dann war sie sieben Jahre verheiratet und war dann 84 Jahre lang Witwe. So rechnet er das. Das Griechische ist an der Stelle nicht ganz eindeutig. Wie alt war sie dann? Was? Genau, Pi mal Daumen, dann sind wir da bei 105 Jahren. Genau, ob nun 84 oder 105, spielt glaube ich jetzt keine große Rolle mehr. Ne, ich finden einige auch ganz beruhigend, dass es dann nicht mehr so eine Rolle spielt. Aber wir merken schon, es geht hier um Lebensabschnitte und Lebensalter, egal ob die liebe Schwester Hannah nun 84 oder 105 gewesen ist, aber es geht hier um Menschen mit einem langen Atem. Und das ist das, worüber ich heute mit euch nachdenken und sprechen möchte. Es geht darum, dass hier eine Wartende einen Lobgesang anstimmt. Wir haben in der Weihnachtsfreizeit jetzt auch an verschiedenen Stellen immer wieder das Lob Gottes in den Blick genommen. Nicht nur, dass wir es selber praktiziert haben im Singen und Beten, sondern wir haben uns Personen der Bibel angeschaut, die Gott die Ehre gegeben haben, rund um das Weihnachtsgeschehen herum. Und auch Hannah ist eine dieser Personen, die dazu gehört. Sie ist eine Wartende. Das ist der erste Gedanke jetzt, warten auf die Erlösung. Hannah ist eine Frau, die gelernt hat zu warten. Was zeichnet sie aus? Nicht nur das hohe Alter, sondern es ist etwas Besonderes. Ist euch das aufgefallen? Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Dass diese Frau als Witwe nicht vom Tempel wich. Sie ist gar nicht zu Hause in Jerusalem. Das müssen wir uns klar machen. Sie kommt eigentlich geburtsmäßig, familientechnisch irgendwo aus dem Norden Galiläas. Der Stamm Asser, dem sie zugeordnet wird, ihr Herkunftsstamm in Israel, der war dort oben, irgendwo in Galiläa, in der Ecke angesiedelt. Und das heißt, sie ist irgendwann, wie auch immer, durch Heirat oder dann auch später dann als Witwe, dann jedenfalls nach Jerusalem gekommen auf ihre alten Tage. Die weicht nicht vom Tempel Tag und Nacht. Dient dort Gott. Mit Fasten und Beten. Findet euch nur mal ein bisschen kurz hinein, was das bedeutet. Es gab nicht einfach in jedem Ort, in jedem Dorf eine Kirche oder mehrere Kirchen, aber es ist das Heiligtum Israels. Und sie sagt, ich muss jetzt dort sein. Ich muss dort präsent sein. Nacht und Tag. Tag und Nacht befindet sie sich dort. Und nutzt die Zeit zum Beten. Wird sicher auch irgendwo ihren Schlafplatz gehabt haben. Wird irgendwo auch immer etwas gegessen haben. Wieder, aber dann wieder eine Zeit des Betens und Fastens. Das über Jahre, Jahrzehnte. Können wir uns kaum vorstellen. Wenn wir darüber nachdenken, mal ein paar Tage zu fasten, ist das schon ein großer Angang. Man besucht Vorbereitungsseminare und man möchte auf jeden Fall sich in dieser Zeit auch mit anderen treffen. Quasi so eine kleine Fasten-Selbsthilfe-Gruppe und dann zum Gebet zusammenkommen. Diese Frau sagt, ich mache das jetzt. Ich bleibe dran. Sie hat es sicher nicht einfach nur so aus dem Ärmel geschüttelt und das war nicht ihr Hobby. Sie wird als Prophetin bezeichnet. Das heißt, sie hat an dieser Stelle auch einen besonderen Ruf erhalten. Einen besonderen Ruf, etwas aufs Herz gelegt bekommen, dass Gott etwas tun will. Und sie weiß in ihrem Herzen, ich muss jetzt hier sein. Irgendwann ist es soweit. An diesem Ort wird etwas geschehen, nachdem die Welt sich sehnt. Und sie hart dort aus. Sie bleibt geduldig Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Das ist ganz aktives Warten. Das ist nicht einfach Däumchen drehen und ich kriege es dann schon mit, wenn es dann irgendwann soweit ist. Sondern ganz aktiv betet sie darum, dass das, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat, auch geschieht. Ich weiß nicht, ob wir uns da an diesem Punkt dann so reinfinden können. Ich kann mir vorstellen, dass man dann vielleicht manchmal denkt, dass diese Frau vielleicht auch von außen betrachtet auch ein bisschen komisch wirkte. Ein bisschen eigentümlich. Propheten im Alten Testament zum Beispiel, wenn wir uns sie genau anschauen, dann haben die zwar Prostum, so nach ihrem Ableben, immer einen guten Ruf. Jeremia, würde gerne mal jemand mit Jeremia Kaffee trinken. Sag mal, wie war das denn? Oder Elia, wie hast du das eigentlich gemacht mit dem Feuer? Nein, es ist jetzt ein bisschen natürlich lose dahergesagt. Zur Zeit, als die Propheten gewirkt haben, hat man sie gejagt. Waren sie nicht besonders wohl gelitten am Hof des Königs? Waren sie unbequeme Zeitgenossen? Hat man gesagt, diesem Menschen geht man lieber aus dem Weg. Der hat immer nur ein Wort, das mir ins Herz haut und das mich verunsichert. Ich wollte doch gerade so schön alles selber hinkriegen. Und dann kommt mir Gott in die Quere durch diesen Menschen. Brauche ich nicht. In dieser Haltung ist man Propheten begegnet. Und ich kann mir vorstellen, dass auch eine Hannah nicht unbedingt eine Frau gewesen ist, wo man dann sagt, wow, bei ihr eine Sprechstunde, eine Audienz bei Hannah, das muss was Tolles sein. Sondern, dass man sagt, die Frau ist auch ein bisschen unbequem, denn die redet immer von der Erlösung Jerusalems. Können wir nicht endlich mal ein bisschen Frieden haben auf dieser Erde? Frieden in Jerusalem? Die Römer tun uns doch nichts. Und die anderen Chaoten auch nicht. Lass uns doch einfach mal hier einen normalen Opfergottesdienst feiern. Red doch nicht immer dazwischen. Das sind manchmal Propheten. Nicht jeder, der dazwischen redet, ist immer ein Prophet, aber es ist wichtig, die Hannah hat vielleicht auch einen schweren Stand gehabt am Tempel von Jerusalem. Als ein Mensch, der das eigene Ohr und das Herz ganz nah am Herzen Gottes hat und versucht zu hören, was Gott tut und was Gott will und das dann auch weitergibt. Ein Prophet kann nicht einfach immer nur schweigen. Es gibt auch Schweigezeiten für Propheten, aber ein Prophet ist dazu da, dass er redet im Namen Gottes. Und das ist immer und immer wieder unbequem. Hannah wartet dort und vielleicht hat so mancher, der im Tempel aus- und einging und der dort für die Opferzeremonien zuständig war und die Tische der Wechsler beaufsichtigte und vieles, vieles mehr drum herum getan, er hat gesagt, die ist auch ein bisschen unbequem und heute mache ich mal einen Bogen um sie und möchte am besten mich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen. So was gibt es damals wie heute. Lukas der Evangelist sagt, diese Frau muss ich euch unbedingt zeigen. Nicht nur den Simeon, sondern auch diese Frau Hannah. Ich weiß sogar, wo sie geboren ist. Ich weiß, wie ihr Vater heißt. Ich weiß, wie lange sie verheiratet war und wie lange sie schon Witwe ist. Und das muss ich euch unbedingt zeigen. Lukas der Evangelist forscht nach und sagt, diese Frau ist wichtig, denn sie zeigt der Gemeinde Jesu etwas ganz Bedeutendes. Was es heißt, eine Prophetin unter sich zu haben, einen Menschen, der Gott hört und der im Namen Gottes redet und einen Menschen, der gelernt hat zu warten. Propheten sind nicht unbedingt ungeduldig, nur weil sie wissen, was Gott tut. Diese Frau hat gelernt zu warten und sie sagt, ich tue das Beste, was ich tun kann. Ich warte, indem ich bete und immer wieder faste, immer wieder leer werde für meinen Herrn. Und vielleicht zeigt Lukas der Evangelist diese Frau, der jungen Gemeinde Jesu, so wie auch uns heute, damit auch die Gemeinde Jesu lernt zu warten. Und zwar nicht zu warten im Sinne von, mal gucken, was passiert, wird sich schon zurecht biegen, sondern im Sinne von, wir gehen ins Gebet. Und wir sind aktiv am Warten, nämlich am Erwarten, was Gott tut. Und wir strecken uns danach aus. Und wir werden leer für Gott. Jedes Jahr hat immer irgendwann eine Fastenzeit. Eine Zeit vor Ostern, in der wir zur Besinnung kommen dürfen. Und über manches kann man dann auch im Einzelnen weiter reden. Aber es ist etwas ganz Wichtiges, dass wir sagen, wir wollen nicht einfach nur abwarten und Tee trinken. Wir wollen nicht einfach nur gucken, was passiert, sondern wir strecken uns aus nach dem, was Gott uns aufs Herz legt. Und wenn wir da noch keine Klarheit haben, sondern nur eine grobe Ahnung, ein diffuses Gefühl, dann kann das Beten auch bedeuten und das Fasten, mein Herr und mein Gott, Jesus Christus, ich will Klarheit. Wir brauchen miteinander Klarheit. Wir strecken uns aus nach deinem Willen. Wir wollen wissen, wie du heute Erlösung schaffst, wie du heute Wege zeigst in unserem Leben, in unserem Alltag, auch in unserer Gemeinde, auch dort, wo ihr, ihr lieben Gäste, herkommt und mit Gemeinden, mit Gruppen verbunden seid oder ganz persönlich auch eure Fragen habt. Aktiv warten, das zeigt uns Hannah. Das Warten auf die Erlösung ist nicht das Warten auf irgendwie eine jenseitige Vertröstung. Das wäre zu billig, zu wenig in der Bibel, denn das ist nicht die Absicht der Bibel. Erlösung ist immer konkret. Hannah und viele vor ihr mussten lange warten. Dürfen wir nicht vergessen. Deswegen, gerade ihr lieben älteren Geschwister, die ihr dieses Lebensalter nachempfinden könnt, ihr wisst viel besser als alle Jüngeren, was Warten bedeutet, weil ihr es oft buchstabieren musstet in eurem eigenen Leben. Raushalten musstet, dass die Dinge nicht so gehen, wie man es sich wünscht. Je jünger man ist, desto mehr Illusionen hat man, dass man denkt, die Dinge sind noch irgendwie zu handeln. Man kriegt das schnell hin. Das Alter lehrt einen oft, dass die Dinge langsam gehen, dafür aber konsequent. Das Warten auf die Erlösung, das zeigt uns diese Prophetin Hannah. Das zum Warten nicht nur gehört, irgendwie gucken, sondern es bedeutet, ganz aktiv gehe ich hinein und bin erwartungsvoll und ringe mit meinem Herrn, strecke mich aus nach meinem Herrn. Zwischendurch danke ich ihm für eine Vision, die er gibt, für einen Frieden, den er im Herzen schenkt. Aber immer wieder sage ich, Herr, wann ist es soweit? Was willst du tun? Vielleicht beginnt damit auch etwas Neues bei jedem Einzelnen von uns, dass wir uns im Gebet danach ausstrecken, sagen, etwas von dieser Hannah möchte ich lernen, begreifen, in meinem eigenen persönlichen Gebetsleben mir aneignen, dass ich so werde, wie dieser Mensch des Glaubens, wie dieser Mensch, der etwas auf dem Herzen hat und sagt, ich gehe hier nicht weg, Gott, bis du das erfüllt hast. Können wir so beten? Trauen wir uns so zu beten? Gott beim Wort zu nehmen, sagen, ich gehe hier nicht weg, mein Herr und mein Gott, hier vom Tempel oder vom Haushöhlenblick oder sonst wo, bis du deine Verheißung wahrgemacht hast, dass ganz konkret dieses oder jenes geschieht? Gott gebe uns seinen Geist, seinen prophetischen Geist, der uns so beten lehrt, der uns so lehrt, sich auszustrecken. Und ich glaube, dann singt es sich noch einmal anders. Wir haben es als gute Tradition hier in Braunfels, Gott die Ehre zu geben, auch im Gottesdienst dafür Zeit zu haben, anzubeten, zu loben, zu sehen, auch in den Liedern, was Gott tut. Und das ist nicht nur Musik, sondern es kommt aus dem Herzen, das ist so wichtig. Aber das Ganze bekommt noch einmal eine besondere Note, wenn wir dann auch merken, dass Gott Gebet wirklich erhört. Was macht die Hanna? Die sagt nicht nur einfach und jetzt richte ich mich so langsam mal aufs Ende ein. 84 Jahre, biblisch hätte sie sagen können, das Leben wert 70, wenn es hochkommt, sind es 80 und wenn es gut war, dann war es eine Menge Mühe. Und dann schließt man einfach in Frieden die Augen. Nein, sie ist bereit, und Gott gibt ihr einen besonderen Moment, nur einen kleinen Moment, nach vielen Jahren, Jahrzehnten des Wartens, einen kleinen Moment. Das heißt von ihr so ganz kurz und knapp, sie trat herzu zur selben Stunde. Und was macht sie? Trat auch hinzu zur selben Stunde und pries Gott. Was hat sie zu sehen gekriegt? Jesus, ja. Aber auch nicht den erhöhten Herrn, sondern ein kleines Baby. Ganz, ganz jung. Noch ein bisschen verknittert. Vielleicht ein bisschen quengelig. Kleine manchmal so sind. Kommt ja mal vor. Sie sieht die Hoffnung der Welt und die Hoffnung der Ewigkeit in so einem kleinen Tragetuch vielleicht, in den Armen der Maria. Sie sieht dieses kleine Bündel, was so irdisch aussieht wie nur sonst irgendetwas. Und sie sieht dann auch die verstörten Eltern, Maria und Josef. Gerade Maria als Mutter und Josef, der sich dieses Kindes angenommen hat. Und sie sieht die beiden und die sind irgendwie auch ein bisschen von einer Rolle, denn Simeon hat gerade etwas ganz Wichtiges, was durchs Herz ging, gesagt. Aber was macht Hannah? Sie lobt Gott. Sie preist Gott. Sie hält sich nicht auf nur an dem Vordergründigen, an dem, was augenscheinlich ist, was man so oder so deuten könnte. Das ist oft im Erdischen so. Man kann diese Dinge so oder auch so sehen. Macht das Leben manchmal nicht so ganz einfach. Aber sie sieht etwas Eindeutiges. Sie sieht, dass in diesem kleinen Kind die Geschichte Gottes wieder ganz konkret weitergeht. Dass das Warten eine Erfüllung gefunden hat. Und so lobt sie den Erlöser. So kann sie gar nicht anders, als in den Lobgesang des Simeon einzustimmen. Vielleicht hat sie mitgesungen, vielleicht hat sie ein eigenes Lied gesungen. Das steht hier leider nicht wörtlich drin. Das ist uns nicht überliefert. Aber sie preist Gott. Sie kann den Mund auch hier nicht halten. Sie muss einfach laut sagen, alle Ehre sei Gott im Himmel. Ehre sei ihm. Halleluja. Er macht sein Wort wahr. So wie es Zacharias gesungen hat, so wie es Maria schon gesungen hat, so wie der Simeon eingestimmt ist und so wie es viele, viele Leute Jahrhunderte, Jahrtausende vorher schon getan haben. Sie sieht nur das kleine Kind. Aber sie sieht, dass Gott sein Wort wahr macht. Sie sieht noch nicht den Mann am Kreuz. Sie sieht nicht den erhöhten Herrn zur Rechten Gottes des Vaters. Sie sieht einfach nur das kleine Kind und sie weiß, Gott geht diesen Schritt. Und sie kann gar nicht anders. Sie muss loben. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir uns auf das Abenteuer des Betens noch mehr einlassen, noch ganz konkret, noch viel mehr darum bitten, dass Gott Verheißung gibt für uns persönlich oder für eine Gemeinde. Und wenn dann etwas geschieht, wenn Gott uns etwas zeigt, dann sind unsere Herzen noch mal anders bewegt, noch mal anders erfüllt von Lobpreis, von Anbetung. Dann merken wir, dass es nicht um Lieder geht, sondern dass es um den Lebendigen geht, um den Allmächtigen, der plötzlich etwas Gutes tut. Ich könnte mir vorstellen, dass Hannah überrascht gewesen ist von diesem Moment. Sie hatte das nicht im Kalender stehen. Kalender sind immer etwas Gefährliches. Wir wissen das am 1. Januar. Es ist immer eine Versuchung. Was im Kalender steht, das kann man dann halten. Gott liebt Überraschungen. Wenn es das Weihnachtsfest nicht geben würde, würde er es uns vielleicht neu schenken, auch mit den Überraschungsgeschenken. Aber Gott liebt Überraschungen und hat auch die Hannah, die so intensiv mit ihm verbunden ist, wahrscheinlich überrascht. Sie ist im Tempel. Sie betet. Sie fastet. Und dann ist plötzlich dieser eine Moment da und der Erlöser wird in den Tempel getragen. Und sie sieht das für diesen einen Moment ganz klar vor sich. Sie ist überwältigt davon. Ohne Vorwarnung. Nur sie hat Jahrzehnte gewartet, gehofft, gebetet. Und jetzt ist es soweit. Und sie kann nicht anders. Sie muss Gott die Ehre geben. Sie lobt ihn. Und sie lobt das Kind, das kleine Kind, dankt von Herzen für, dafür, dass Gott sein Wort wirklich wahr macht. Wie viel sie dann von der Entwicklung des Kindes noch mitgekriegt hat, das wissen wir nicht. Aber sie ist davon erfüllt. Und auch heute gibt Gott solche Momente. Das damals ist einzigartig, natürlich. Aber dieser Text soll ja mit uns zu tun haben. Nicht nur als historische Information, sondern dass wir uns wie Hannah überraschen lassen von Gottes Handeln. Dazu gehört das erwartungsvolle Beten, was ich im ersten Punkt nannte. Gehört als zweites dazu. Lobpreis lebt auch von der Überraschung. Und vielleicht ist das in diesen Tagen zwischen den Jahren auch mal einen Moment wert, dass du überlegst, wann bist du in diesem Jahr von Gott überrascht worden. Wann bist du in diesem zurückliegenden Jahr einmal überrascht worden von Gott oder sogar öfter? Wo hat er dich überwältigt? Plötzlich mit seiner Güte, mit seiner Gnade, ohne dass er das vorher in deinen Kalender eingetragen hat. Wann hat er dir etwas Gutes getan und du warst überwältigt davon? Und wenn das länger nicht vorgekommen ist, darfst du es ihm jetzt sagen. Herr, ich brauche das wieder. In meinem Leben die Eintönigkeit, die Alltäglichkeit des Glaubens droht Einzug zu halten. Ich möchte das aber nicht, Herr. Glaube ist doch etwas Frisches. Ich will an dir bleiben. Ich will von dir überrascht werden. Gott tut das gerne. Nicht auf Befehl, aber er tut es gerne. Er zeigt es immer wieder. Und das führt Menschen in die Überraschung. Es führt Menschen dahin, dass sie überwältigt sind und dass sie dann anfangen, auf ganz neue Weise den Herrn zu loben. Vielleicht sogar in einem ganz tiefen persönlichen Erleben in der Einheit mit dem Herrn. Das kann in einer ganz persönlichen Gebetszeit sein, das kann in der Gemeinschaft sein mit anderen, aber plötzlich, dass du merkst, dein Herz wird wieder ganz neu berührt. Berührt von Jesus. Und er überwältigt dich. Und dann kannst du gar nicht anders. Das wirst du merken. Dann kannst du gar nicht anders. Dann musst du singen. Ob das Lied geläufig ist oder ob es gerade in dem Moment neu geschieht, darauf kommt es nicht an. Aber Gott überrascht uns gerne von Zeit zu Zeit. Und dann kommt noch ein drittes und letztes. Sie lobt nicht nur Gott, sondern sie redet von ihm, von Jesus, zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Habt ihr euch das noch mal vorgestellt, wie das sein kann? Was hat Hannah wohl gemacht? Was meint ihr? Was hat sie da getan? Sie redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Habt ihr eine Idee? Wer wartet auf die Erlösung Jerusalems? Wer ist das, mit wem sie dort redet? Kein Vorschlag. Alle, die zum Gottesdienst dort gekommen sind. Ja, es war ja im Tempel von Jerusalem zum Teil auch ein Kommen und Gehen. Wie in einer riesengroßen Kathedrale und da sind, egal ob man nur im Kölner Dom spazieren geht, da kann auch vorne etwas passieren, aber es gibt immer Leute, die dann auch irgendwo noch mal rumdefilieren, einfach staunen. Tempel von Jerusalem vielleicht ähnlich. Menschen, die dort Gottesdienst feiern, die Opfer bringen, weil das dazu gehört, egal an welchem Wochentag das ist und dann eben auch Leute, die einfach nur staunen über das Gebäude. Bitte? Ja. Es ist allerdings interessant, anders als bei den Hirten, das ist nur so ein bisschen, lest die Bibel mit scharfen Augen. Das ist einfach eine Hausaufgabe für euch. Fangt in diesem Jahr noch an damit, falls ihr es nicht sowieso schon tut. Die Hirten breiteten das Wort vor allen aus, was ihnen zu diesem über dieses Kind gesagt war. Und hier ist das so eine nähere Beschreibung zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass in Jerusalem um den Tempel herum eben nicht einfach nur so ein 0815 geistliches Leben funktionierte, sondern es gab dort vielleicht, vielleicht, ich nenne das mal mit einem modernen Begriff oder mit einem Begriff, der uns vertraut ist, vielleicht gab es dort einen etwas größeren Hauskreis von Leuten, die gesagt haben, wir beten mit der Hanna darum, dass Gott sein Volk erlöst. Wir strecken uns danach aus. Denkt an Zacharias, den Vater Johannes des Täufers. Er redet auch von der Erlösung des Volkes Israel. Da gab es eine Gruppe in Israel zu der Zeit damals auch, die einfach wusste, Gott will etwas tun. Hanna ist nicht ganz alleine mit diesem Herzenswunsch und Anliegen, mit diesem Beten, Fasten und Sehnen. Da sind mehr Leute. Sie ist nicht alleine damit. Und vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich haben die auch miteinander gesprochen und sich immer wieder ermutigt. Gibt es eine neue Einsicht? Hat Gott etwas gezeigt? Was ist wichtig? Wie beurteilt ihr die politische Großwetterlage? Kommt das Heil vielleicht dadurch, dass irgendwas anderes zusammenbricht? Was tut Gott? Sie werden vielleicht darüber gesprochen haben. Nicht nur vielleicht. Und solche Leute treffen sich auch im Tempel, aber natürlich auch Leute wie die frischgebackene Mutter Maria mit ihrem Mann Josef, die einfach das Kind darbringen, um dann entsprechend die Opfer darzubringen. Und das waren nicht die einzigen. Da gab es wahrscheinlich täglich 10, 15, 20, wie viele auch immer, die dort reingingen oder für eine erfahrene Heilung gedankt haben oder oder oder. Viele Leute gehen dort aus und ein. Aber es gibt eben auch diesen Kreis von Leuten, die warten auf die Erlösung Jerusalems. Und Hannah sieht das Kind und weiß, hier ist Gott am Werk. Und jetzt sagt sie, Leute, von meinem Gebets- und Haus- und Erwartungskreis, kommt her, ich muss euch was erzählen. Ich muss das mit euch teilen. Wisst ihr, was passiert ist? Der Erlöser ist geboren. Ich habe ihn gerade gesehen. Die Mutter kriegt das nicht ganz auf die Reihe. Und der Mann, der daneben stand, guckte auch ein bisschen komisch. Der wusste auch nicht, was soll er mit dem Ganzen anfangen. Aber wisst ihr, es ist jetzt soweit. Ich muss euch das einfach erzählen. Hannah trifft ihre Gleichgesinnten, Menschen, die mit ihr voller Erwartung sind. Und wisst ihr, das ist schon ein kleines Abbild von Gemeinde. Gemeinde besteht nicht darin, dass der eine dies tut und der andere das. Dass der versucht, in der Gemeinde zu befriedigen und der andere jenes. Und der eine versucht, irgendwie eine Amtshandlung abzukriegen und der andere ein Seelsorgegespräch und der dritte dieses und jenes. Das ist so ein bisschen so eine Bedienungsmentalität. Man versucht, Dienstleister zu sein als Kirche. Das ist aber nicht Kirche im Sinne Jesu. Das ist nicht Gemeinde im Sinne Jesu. Was Lukas, der Evangelist, der Arzt, der Begleiter des Paulus uns hier zeigt, ist Gemeinde nach dem Herzen Jesu. Gemeinde bedeutet, wir sind gemeinsam in Erwartung. Wir sind gemeinsam dabei, Ausschau zu halten. Und wenn einer was mitkriegt, sagt er es den anderen. Wenn einer plötzlich etwas gezeigt bekommt, dann teilt er es mit anderen. Ob es immer mit 100 Leuten zusammen ist oder ob es einfach nur ein kleiner Kreis ist von zehn Leuten, spielt in Wir sind miteinander unterwegs, wir sind miteinander in Erwartung, auch mitten in unserer Zeit. Hannah ist nicht weit weg. Wir wissen, und das feiern wir in diesen Tagen, der Erlöser ist geboren. Er ist herangewachsen zum Mann. Er ist gekreuzigt auf Golgatha, auferstanden von den Toten, zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Ja, und gleichzeitig wird uns hier gezeigt, wir sind ja immer noch am warten. Wir sind noch nicht dort, wo wir sagen können, wir sind am Ziel. Als Gemeinde Jesu sind wir unterwegs. Übrigens eine der ersten Bezeichnungen für die Christen, das sind die Leute des Weges, das sind nicht die Leute des Sitzens, das sind nicht die Leute der festen Häuser, sondern das sind die Leute des Weges. Die erste Bezeichnung für Christen, die die des Weges sind. Und unterwegs sein bedeutet immer, ich habe ein Ziel, ich halte auch schon nach dem Ziel. Unterwegs sein bedeutet in Gemeinschaft zu sein, bedeutet einander zu ermutigen, auch manchmal zu ermahnen, zu sagen, reiß dich zusammen, wir sind noch nicht da. Aber auch wieder zu sagen, komm, ich trage dich ein Stück. Das ist Gemeinde, das ist Gemeinschaft. Und das wird uns hier auch ein Stück weit gezeigt. Das klingt so ein bisschen zwischen den Zeilen durch. Hannah geht zu ihren Leuten und sagt, wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? Gott lässt uns nicht im Stich. Gott handelt an uns. Gott macht sein Wort fahrt. Der Messias ist da. Halleluja. Ob die anderen das alle geglaubt haben, steht hier nicht. Das kriegt man nicht so genau mit. Die Öffentlichkeit hat und sofort funktionierte alles weiter wie vorher. Nichts ist äußerlich passiert. Es ist nur ein kleines Baby in den Tempel getragen worden und dann wieder raus getragen worden. Zwölf Jahre später kommt der Bub wieder ohne seine Eltern. Und dann noch mal 18 Jahre später bist du dann in Jerusalem als erwachsener Mann. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber Gemeinde Jesu zeigt sich auch darin, dass wir einander ermutigen und sagen ich habe gerade eine Gebetserhörung erlebt. Ich habe gerade gemerkt Gott macht sein Wort wahr. Gott handelt. Gott hat mich nicht vergessen. Oder vielleicht auch wenn wir intensiver auch im Gebet sind in einem Hauskreis in einer anderen Gebetszelle oder Zweierschaft Partnerschaft dass einer dann auch zum anderen sagen kann du ich muss dir gerade etwas sagen das hat Gott mir gezeigt nicht für dich und ich möchte dir damit Mut machen auf dem Weg der Herr hat dich ganz im Blick du bist nicht allein und wir haben ja nicht nur einmal erlebt ihr Lieben auch hier aus Braunfels aus Wetzlar oder auch die ihr als Gäste da seid wir haben doch nicht nur einmal erlebt wie manchmal solche Worte ins Schwarze getroffen haben und einer den anderen auf diese Weise ermutigt hat gestärkt hat Tränen gekullert sind und wir gesagt haben wow das ist klasse dass wir einander haben und auf diese Weise einander stärken können nehmt das mit als Ermutigung zum Beten als Ermutigung zum Warten zum Erwarten was Gott tut und auch als Hoffnung in der Gemeinde Jesu es gilt auch für die Gemeinde wollte Gott dass alle Propheten wären aber es sind nicht immer alle aber es ist doch so in jeder Gemeinde sind genug Geistesgaben vertreten das ist die Überzeugung des Neuen Testamentes also wird es in jeder Gemeinde genug Leute geben die andere ermutigen können andere aufbauen können und Gott gebe uns Zeichen dieser Ermutigung hier in Braunfels in Wetzlar und an allen Orten von denen wir hier zusammen sind Zeichen der Ermutigung dass er handelt und dass sein Erlösungswerk Lasst uns miteinander das Lied 549 singen Herr das Licht deiner Liebe leuchtet auf 549 sich